Herzlich Willkommen zum nächsten Spiel unserer German Legends. Die Urgesteine der Vereinsgeschichte sind hier am Start. Das ist ziemlich interessant, finde ich. Wir sind die, die seit FIFA 17 dabei sind. Hallo Felix, Hendrik, Dominik und ich. Hallo. Das ist mir bisher tatsächlich, oder was heißt bisher? Das zweite Spiel dieser Aufnahmesession ist mir noch nicht aufgefallen. Hallo Felix. Los. Ja, schmeiß die Pille los. Der Bock. Alter. Ich sehe Dreiecke und der ist nicht losgelaufen. Ja, wow, geil. Danke, schön geholt. Alter, was machen die denn für Pressing hier? Oh, der hat auch einen nice Namen. Weg. Punkt, 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 Strich, Minus, Unterstrich, Minus, ja. Was haben die für eine Aufstellung? Die haben drei, spielen die 3-5-2, das ist eklig. Ja, aber die haben richtig krasses Pressing. Und CPU. Und die sind nicht schlecht. Und Felix geht ab und macht den jetzt direkt. Er hat ja früher spielen müssen, aber kein Abseits. Ja. 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 Oh, was ist da für ein Afro drin, Alter? Prachtig. Wahrscheinlich auch ein Pro, ne? Ja, wahrscheinlich. Den Afro kannst du nämlich im Katalog dir freischalten. Den riesen Afro, ne? Hm? Hier hast du Positionen ordnen. Oh, Felix, der spielt geschwindelig. Oh. Bei welchem Lied ist das so, wo man sich so einhackt und rumgeht so? Jetzt verdrehen, äh, jetzt verdrehen den Beton-Mücher nicht den, äh, den Beton-Mücher. Ja, Moskau, ne? Beton-Mücher. Schön. Wieder in die Ecke. Hier unten ist sehr viel Platz. Ja, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh ab. Ich zählt mich am Boden. Boah. Felix übernimmt, ich komme oben. Ja. In Rückraum. Geil. Oh, der hat doch der Arm. Drückt er sich denn die CPU? Ich glaube, Laura war anvisiert, aber der war zu weit weg, damit das Sinn machen würde. Das war voll der, das war voll der seltsame Move. Oh. Oh, mit den Säcken, Alter. Danke. Das Kind adoptiert ja der Verein. Unten. Der hat Schwung. Ja, ja. Danke. Flanke jetzt. Oh. Hast du. Keine gelbe, ganz ruhig. Ne, trauen sich dann aber nicht, die CPU da mitzunehmen. Hast du. Gewinn das. Unten? Ah, wollte ich, aber habe ich zu lange für gebraucht. Aber der, die haben so wenig Leute in der Abwehr. Ja, das ist irgendwie komisch, weil hier haben wir die übelste Überzahl. Aber wir machen das jetzt hier schnell. Also, wir kommen da schon durch, wir müssen es schlau ausspielen. Ich wollte ja nicht darum, dich schicken. Ich wollte dich eigentlich mehr oder weniger außenrum schicken. Händrich, Fuß. Ja. Ah, okay, war der da. Auf dich. Schön gelöst. Draußen. Ah, oder so. Ich will mal Lodder schicken. Ja, der läuft mittig. Ja. Oh, ich stopp ab. Okay. Boom, mittel. Oh, Felix ist schön eingelaufen, aber. Hier so? Wieso haben wir ihn zu heiß gewaschen? Elva. Felix? Bezug zum Tor. Ja. Oh, da sind die Leute schon reingelaufen. Passte. Mal ruhig. Außen? Noch ein weiter. Das sieht gut aus. Danke, kommt. Nein. Felix hat nicht mehr gemerkt. Was ist? Du hättest entgegenlaufen sollen. Nee, er ist am Handy. Ja. Hä? Ihr lügt ja hier rum wie gestrücktes Brot-Butter. Der kennt's nicht. Ja, ist halt nicht schlimm. Hier, er macht den dafür jetzt. Oh. Boah. Schön, Mitte. Oh ja, den wollte ich zu sehr auf mich haben. Diese Mitten, da wurde er so hüpft. Wieder? Ja, jetzt. Wieder. Und Flanke. Flanke. Schade. Ach, da haben die auch noch einen Verteidiger drin stehen. Oh, was? Mal so. Unten? Ja, erst mal vielleicht über Seitenwechsel, oder? Unten? Unten kommt's. Stark. Dominik? Ja. Ach, nö, der hat's auch. Ja, das ist jetzt halt. Mensch, lass dir Zeit. Die Fans singen schon. Auf Wiedersehen. Leute, wir fehlen erst eins. Nein, mein fehlen war schon. Oh, jo. Nicht mehr lange. Oh, der hat Bock. Er spielt aber den Pass nicht. Er war. Ja. Ich bin oben. Ich leute weiter. Dafür habe ich ihr Fehl gelevelt. Den hätte er drum rumdrehen können. Ja, hätte, hätte. Yo. Das ist ein Flachpass, Alter. Kettenhund. Doch nicht auf den. Jetzt bitte kein Tor, das wäre richtig ärgerlich. Soll ich mal weit? Einfach weit. Geht nicht mal hoch. Geht nicht mal hoch. Oh. Hm. Geht. Oh. Oh, hätte ich nicht hochmachen sollen. Und weiter. Mitte. Weiter. Abseits. Genau, Sebastian. Wo ist es? Was? Hä? Aber das ist doch nicht sein Pro, oder? Ist das? Ich weiß nicht. Als ob das so ein Random ist. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Na. Also so ein Afro kann man auf jeden Fall im Shop kaufen. Also ich gehe mal davon aus, dass das der Pro ist, der alle spielt. Obwohl, die spielen ja gar nicht alle. Ja. Okay. Okay. Okay, mysteriös ist es. Das ist ein Hacker. Das ist eine Folge FIFA 19, wo wir Hacker finden, Alter. Direkt Thumbnail und Titelgesicht saved you. So, ich würde sagen, wir legen nochmal ein zweites nach, oder? Das war irgendwie bisher immer so, dass wir 1-0 führen und irgendwann ist dann der Bann gebrochen. Irgendwann dann 2-0, 3-0, 4-0. Wir stehen defensiv? Oder hast du das eingestellt? Direkt am Anfang. Als ich gesehen habe. Als du die Taktik gesehen hast. Ja, genau. Als ich gesehen habe, wie viel, also wie viele Leute, die mich vorhin attackieren. Alright. Auf geht's. Alter, bist du da hyped? Ja, nur für 10 Minuten. Also, dass wir ein Gegentor bekommen. Ja. Hoffentlich nicht. Hoffentlich. Heute schon wieder zu 0 gespielt. Der Schnitt muss unter einem Gegentor pro Spiel bleiben. Wir sind gerade bei 2,5 Toren pro Spiel und unter einem Gegentor pro Spiel. 70% Erfolgsquote. Ich bin gut. Was? Schönes! Oh, schreckt die Wurmel! Die krieg ich doch! Von was wirklich wieder ein bisschen zu weit draußen. Erfstöß. Nicht zu sehr rauslocken lassen. Nur ein bisschen zu stellen, genau. Ja, genau so! Oh, das ist nacky für den mit 50-50. Oh, für den großen habe ich ein bisschen Schiss. Drüben läuft da ein. Ne, 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 ne. Oben? Ja. Die werfen den in diesem Jahr so flach. Ich bin geblockt. Ne, ich breche ab. Ja, schön. Unten durch. Oh! Schade. Bitte Kopfball. Oh! Yellow! Gris Papé. Ah, Franzosen-Fan. Konnte sich nicht entscheiden, welchen er nimmt. Genau so wie letztes Jahr... analdinjol ja schade abverspieler übelst schnell wieder angekommen later mach den haken oder so könnte ich auch platz wundel ja also bitte weiter und unten 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 sehr schön jo muss ja vorgehen eigentlich dumm von mir da einen rechten stick zu nehmen zum glück legt der mich hier ja ich lege ab direkt abseits aber die spielen auch defensiv oder was für das sieht ja aus die kommen alle mit nach hinten jetzt die wo schade auch ist ja nicht wahr doch ne jetzt aber ja der auch was der fall ins leere ja hinten ey ja für die oh 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 also oben raus erstmal weg ja ja bitte das nicht treffen ja 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 beep Wieder dann da ja ein noch also oder ist der ball wieder weg von oh optimistisch richtig wieder nicht jetzt wird er noch getunnelt um dampf weiter Flanke Flanke kommt da ist oh na der war schwach geköpft der hält den aber ach so Mitte geht durch die brauchen noch einen die brauchen einen unentschieden für den Aufstieg ach wir haben wir doch vor dem Spiel gesagt aber er meinte gerade auch wenn es unentschieden steht er kann aber auch für uns zählen das ist gut dass sie anfordern naja aber Keeper macht die Hände hoch der ist nicht drinnen da 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 Unser komm Ecke, ey komm. Mit dir diese langen Stelzen, alter. Nice to meet you. Oh, wo soll ich denn da hin? Zweimal Linie? Ach, den... Nicht da hin. So ein bisschen nicht. Ne, ich hab mich verdrückt auch. Ich weiß nicht, ob er irgendwie so hastig war. Alter, guck dir das doch mal an. Yes. Gar keine Chance. Nice. Hätte nicht so knapp sein müssen, aber... Hauptsache Sieg, würd ich sagen. Ausstieg. Hauptsache drei Punkte, geil. Geht's nicht? Ein Punkt für die Meisterschaft, 19,34 die Gesamtbilanz. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Tschau, tschau. Tschüssi. 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 Tschüssi.